Ein Elbtraumschlafplatz. Willkommen zu Wolfenstein 3D. Ein Wolfenstein Ortplatz. Mal schauen, wie lange was ich hier schaffen habe. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe noch eine Pistolenmanition. Nahrung. Da liegt einfach Schnitze und Wurst auf dem Boden. Ich habe noch eine Pistole. 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 hier ist der kasse nein auch hier jetzt essen geht es vielleicht hier weiter nein alles abkassung sind dann hundezwingen geraten ich habe auch schon spuren interessen ok hier hast du gestartet hier haben wir da drüben schon das ist jetzt gut aus ich sage gar nicht mehr mein Leben und du musst ihn aufzugsschlüsse geben den suchen wir das Level zu spenden und in das nächste Level zu kommen das war das Ziel von Wolfenstein 3D Schlüsse zu finden und Aufzüge zu aktivieren eine Pflanze so hier bisher gerade habe ich 100 100 geben noch ich stelle mich gerade gut an Hunde wieder eine Hundezwinge oder was gibt es hier diesmal auch was nein nur Hunde da vielleicht haben wir von ich ja jup das waren wir noch nicht oh der Kommandant hier ja auch ich kann ich die 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 wenn wir angegriffen werden wissen wir dass wir hier noch nicht waren aber hier waren wir schon eine neue waffe wow schleichen wir die richtige biete kopfkratz die war fasziniert spieler nötig nicht gegeben wir haben zeit und ich war mir da schon mal ich will mal die türen markieren wo wir schon waren ich will mal was schon Ich weiss nicht ob das bleibt, waren wir hier schon drin, den Bereich hatten wir schon, da kommt mir der Kampf vor, da gab es nichts, da rängt auch nichts, schön noch Schüsse zu verschwenden verschenken, noch Essen rum. Okay, ich kenne richtig aus. Ich glaube hier waren wir schon mehrfach. Da müsste es zumindest mal gehen. Jo, ich sag's. Ich glaube bestimmt auch schon, irgendwas hier mal sehen, ja logisch. Hm, wo sind wir dann hergekommen? Jetzt hab ich mich vergerutscht. Ich weiß nicht, was ich da bin. Ich weiß nicht, was ich da bin. Ich weiß nicht, was ich da bin. Hm. Hier noch was, sind wir hier wieder am Eingang. Ah ja. Da rechts sind wir schon noch, vielleicht noch links. Wir waren eigentlich schon überall. Ich bin jetzt eh reingeformt. Ah, hier waren wir noch nicht. Bis es ausschauts. Bis es ausschauts. Ein Grund. Hier gibt es noch nix. Ach Mensch. Hier kommen wir rein. Vielleicht gibt es hier noch was in dem Raum. Ich komme durch die Fässer nicht durch. Frustrierend. Wann ist da die Sache, liebe Robben? Geht's doch weiter. Noch ein Zugang hierfür. Und wahrscheinlich. Oh. Das ist jemand. hier rauskommt. Das ist ein Schuss. Natürlich. Das war sehr schön. Ich bin jetzt. Das ist alles. Wie lange. Ich bin jetzt. Das ist meinst. So, na dann, wo kamen wir her? Da ist das eh an der Tür, da müssen wir hin. Aber das Level geschafft. Aufzug, ich komme auch. Nicht. Ich fahre. Fürste Schlüsse dann. Nicht hierfür. Frustrierend. Ich glaube, da müssen wir noch eine Aufzugkarte finden. Nee, hier nicht. Ich glaube, da müssen wir noch eine Aufzugkarte finden. Ich glaube, da müssen wir noch eine Aufzugkarte finden. Hm. Da müssen wir doch bestimmt schon mal... Hier sehe ich doch die Markierung schnell raus hier. Hier waren wir auch schon... Mensch. Wenn wir hier die Karte hätten. Waschen Besen sind denn so? Ich glaube, da müssen wir noch eine Aufzugkarte haben. Einfach so beenden bringen wir es hier wahrscheinlich auch nicht. Dann waren wir die Fehler, ich mein, da waren wir auch schon. Ich habe einen Schlüssel, aber wofür? Was schließe ich damit auf? Das gab es ja noch nie. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Mit Zwingertür konnte man sich damals die Welt hier aufschließen. Die verschlossene Tür hält. Ich wollte das Wolfenstein-Oldsplatz spielen. Ich wollte das Wolfenstein-Oldsplatz spielen. Ich wollte es Wolfenstein-Dirke spielen, nicht Wolfenstein-3D. Hier haben wir die Hummer, da waren wir offensichtlich schon, da waren die beide schon, ich habe auch nichts gesehen, was irgendwie darauf hinweisen könnte, dass da irgendwie ein Schlüssel gebaut wird, die Kiste, hier nochmal nach unten vielleicht irgendwo eine Raum, die man aufschließen muss, bis wir das gefunden haben als Ostern. Tschüss, tschüss, tschüss. und selbst um den knopf gibt es ja nichts wo die banner drin hängen ist normalerweise etwas wichtiger sind doch schon alle tot ich kenne mehr der mich klingeln Ich gucke mal kurz, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ich gucke mal kurz, ich gucke mal kurz. ... ... ... ... ... ... ... Da sind wir jetzt schon zu zehnten Mal reingerannt. Was zu erleben ist, das finde ich eine komplette Lösung, dass man sagt, was man größer auf sich hat. Was ist denn jetzt? Du musst aufwachen. Ja, bitte. Ich habe es weit genug geschafft. Ich glaube J war es. Nein! Nicht schon wieder. Mit J kann man aufwachen jederzeit. Puh, okay. Das war ja mal ein Albtraum. Heute geht es in diesem Albtraum. Waren wir doch schon mal oder nicht? Das kommt mir aber gut bekannt vor. Vielleicht sind es hier keine mehr. Hier sind wir rote Globs und sind wir im Kreis gelaufen. Hier sind wir lang. Wir hatten wir hier das Bett, dann sind wir hier raus. hier rausgekommen. Okay, jetzt sind wir gerade hier raus gekommen. Was hat uns das jetzt gebracht? Was ist hier? Was ist hier? Was ist das denn? Was ist hier? 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 Egal, ich hatte es hier rausgekommen. Ich habe es mega schön, so gut gemacht. Das kann ziemlich sein. Was hat mir das jetzt gebracht? Und das hat er noch außerdem halt rum. Mission. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Ich kann auch je nicht darauf warten, bis wir Nachschlag kriegen. Das ist eine Sackgasse zu sein. Das ist eine Sackgasse zu sein. Das ist eine Sackgasse zu sein. Das ist eine Sackgasse zu sein.